Fußball-EM im Schlosshof Weidhofen Der Schlosswirt präsentiert alle Österreich-Spiele Das schöne Wetter war der Stimmung angepasst. Optimismus paart sich mit Zuversicht. Die Versorgung klappte hervorragend. Die Ladwall hatte Top-Qualität. Der Schlosshof war voll. Die Fans waren rot-weiß-rot. Nur eines stimmte nicht. Ungarn machte dem Vergnügen einen Strich durch die Rechnung. Aber die Hoffnung bleibt.